Heyo Freunde und willkommen zurück zu MyCraft Oh, da ist ein Spinnenreiter, ich glaub der ist selten Ich glaub, blablabla, ich lauf mal ums Haus, man Keine Ahnung, was die machen Diese kleinen Bitches Ach, ah, Buggy Buggy, er trifft mich trotzdem mal Nice Einen Bogen droppen lassen Ey, wie mega geil ist das denn? Das selten, Leute, oder? Könnt ihr mal schreiben Also ich glaub, das ist selten Oh, ist ja dreckig Ja, da mach ich mir lieber schnell jetzt einen neuen Ich hab ja drei, vier Fäden Tue ich den einfach rein Pfeile, Knochen Jetzt kommt's wieder, wie macht man den? Ich glaub so, ne? Ja Zack D-Dim, d-Dim Ja Soll ich mir schon mal die Pfeile reintun? Ja, ne? Kann ich ja machen Enderman Enderman Wir gehen Endermans-Schnetzel Wo bist du, Bitch? Hey, wir haben so Tarko und die verbrennen so nicht Oder willst du mir jetzt erzählen, dass er da unter dem Busch steht Und kriegt das halt nix ab? Enderman Pussy, 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 pussy Egal Ich will jetzt mal die obere Tasche sozusagen fertig bauen Heißt Im Grunde genommen einfach nur Dass wir einfach noch ein bisschen Einholzding draufsetzen Ne, nicht Vielleicht machen wir auch mal so einen Wasseraufzug Müsse ich euch auch mal gern zeigen Wunderschön Es ist doch wunderschön Du bist so Wunderschön Ja Und She's a bitch Hat er was troppen lassen Wo ist er? Boah, ich hab heute trocken wieder Mega So, ähm Ah, die Bäume sind gewachsen, meine ich Die haben wir ja hier geplantet Wisst ihr eigentlich, was Gronkh mit Alpha-Bäume meint? Meint er damit, die schon von Anfang an auf der Welt standen? Oder Äh, Alpha-Bäume Was meint ihr überhaupt damit? Weiß nicht Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben Falls ihr Gronkh noch gesehen habt Also ich hab jetzt Alpha-Bäume nur verstanden Das sind die Bäume Die von Anfang an da gestanden haben Denk ich mal Oder Ich hab keine Ahnung Ich kann dir mal in die Kommentare schreiben Würde mich mal interessieren Und, ähm Ich hab, glaub ich, gerade ein Fail gemacht Und Und weil Warum Wieso Ähm Ich glaub, wer hat noch, äh Holz Ah, ich schau mal grad schnell Ich schau mal grad schnell Wie hat Können wir auch direkt den Wasseraufzug bauen Fällt mir grad ein Holen wir uns hier mal das dicke Eisen raus Wir haben jetzt Level 15 Äh Komm schon Super Nö, doch nix Gute Gute Wahl Gute Wahl Ähm Ja Wo fangen wir an? Fuck Muss ich ja noch Ah, ich muss noch Sand aus Oh Nicht runter Hoch Was muss ich denn jetzt noch machen Eins drauf, ne Oder wie war das Kommst du Aber Jetzt kommt der Trick bei der ganzen Sache Ich hab jetzt voll Bock den Wasseraufzug zu bauen Das mach ich jetzt auch gleich Mit euch zusammen Mit Schildern und so Ich find das richtig geil Dann machen wir uns einmal so unten Aufgang Und einmal Halt oben Wenn man zum Beispiel jetzt Man sagt jetzt Ähm Ich bin jetzt Ja Ich war jetzt in der Höhle Hab mir jetzt da Ähm 30 Stacks Eisen geholt Ne Ist ja Ist ja nicht Ist ja nicht so selten Ne Das wissen wir beide Also Der Du Der du grad guckst Ich mein dich Äh Das ist ja nicht selten ist Ne Und Ähm Ja Dann willst du hier zurückkommen Aber du willst Hast keinen Bock unten rum zu gehen Weil unten Ist hier irgendwie zu blöd Ist ja so kackig Und Ähm Dann sagst du Das wollte ich jetzt nicht Und Dann gehst du lieber Nimmst hier den Wasseraufzug Und sagst dir Hey Eine Erfindung besser Und du sagst dir Einfach super Hätte ich das nicht gehabt Freunde Dann wäre ich jetzt Nicht der der ich heute bin Hätte ich keinen Wasseraufzug gehabt Zack Ich weiß Schräg noch ein bisschen Müll Aber Ähm Wasser 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 Muss ja hier nochmal Wasser hin Oder Oder Ja Geht ja eigentlich Tschüss Dann ich zeige euch jetzt mal Wie ich das meine So Weg her Keine Blumen Braucht kein Schwein So Ähm Ist ja auch Blödsinn hier Blödsinn Wir brauchen ja eigentlich nur hier Hier geht's dann rein Dann ist hier direkt Wasser Dann springst du einmal hoch Und dann geht's ab Geht die wilde Fahrt ab Zack Ich weiß nicht ob Ich zähle das gleich Machen wir gleich nochmal Einmal Schön Und ja Dann wird's euch zeigen So Dann geht's halt hier so Genau der gleiche Weg Könnt ihr dann auch wieder zurücknehmen Das ist einfach fantastisch Das ist eine Vielfalt Wisst ihr Ihr wisst was ich meine Aber Wir haben jetzt Eisen Jetzt kommt das große Ding hier wieder Wir gehen jetzt einmal Bitte 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 Hattet ihr den Ernst Ähm Ah Ah Man kann die stapeln Auf der Xbox-Version Mittlerweile glaube ich auch Ah ja Da können wir uns auch direkt Die Schilder machen Ich denke mal Zwei reichen erstmal Und ähm Okay Wunderbar Ähm Ich muss nur noch Wasser herkriegen Bier 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 So hier ist dann ein Schild So dann kommt hier das Wasser drauf Ich hoffe das klappt auch Oh guck mal wie die Bäume gewachsen sind Und ich hab schon wieder Hunger Ich alte Sau Mh Ich bin so ein Fresser Das ist unglaublich Weg damit Weg damit Hey damit Ja toll ich sammle es wieder ein Da kommst du Hindo So Ó Euich line Ja so aus mit Leiter Leiter Ich hoffe das klappt hesit auf meine Idee Oh sieht aus Gaulös dog dog H Kickstarter ausgestritten Gesetz formidable Wenn ich jetzt hier noch ein draufsetzen komm ich hier hoch und kann hier wunderbar aussteigen in einem etablissement und geht das jetzt ein bisschen komisch aber wen interessiert da fehlt aber auch noch jetzt kommt wunderbar so hat schon immer funktioniert naja dann machen wir einfach hier haben wir halt schöne aussichten auf das was noch kommt und dann schreiben einfach mal hierhin quick drop dann sagst du siehst du guck hier zack bist du unten so einfach geht das ich habe jetzt alles richtig geschrieben jetzt hier seht ihr das seht ihr das ist kunst das ist kunst und das ist keine kunst da oben wenn wir schon was machen was ordentlich so da wollten wir jetzt hier gibt es nichts mehr zum gucken ist schon gras drauf gewachsen quick elevate in die magic elevator und sagt bist du oben und hast einfach nur spaß einfach nur spaß am leben hier oben müssen wir nicht so hoch machen ja das ist genau das gleich wie unten aber um dadurch dass wir hier oben und zu tun oder hallo sie oben ja auch nur zu tun lagern hallo freunde können wir hier so eine lustige party machen war machen wir so eine schöne party zeit und haben lassen uns einfach glücklich verlassen uns einfach glücklich hier habe ich noch ein bisschen so jetzt ist das holz auch schon weg und wo ist die treppe da ist sie oder so eine mächtige wetter nehmen wir nehmen nicht mehr wie gewählt aber wir wollen hier unten und dann wollen wir einfach was schönes machen und das ist einfach wunderbar freundlich krieg das kalte kotzen und 16 Pfeile zwei Fackeln tun wir einfach mal hier rein und hier mal schauen was haben wir hier noch Birkenholz bretter einen Sand wir können auch ein bisschen Sandfarmen gehen und dann ja mit unserer geilen Schaufel Sieht aus wie so ein Spaten Ich will nicht hier ich will ja hier so einen kleinen Strand machen ich will hier Also ich will hier auf dem freien auf dem freien das freie Meer hinaus blicken wenn ich mich dann mal an den Strand hier legen sollte Da will ich halt Oh es wird Nacht es wird Night Guckt ihr seht ihr unser schönes Haus wir gehen jetzt gleich den Quick Elevator hoch Heißt du das ist auch ein geiler Vorteil Erstens kommen die Spinner nicht durch Weil es nur 1 Ich will den Sand Ich will den Sand Ich will den Sand Und erstens kommen die Spinner nicht hoch Und Und ich glaube nicht dass die Creeper da so hoch kommen So durchs Wasser Jetzt steht da oben einer pass auf So machen wir hier mal ein Lämmchen hin Hier kommt der Sand rein Passt Tintensack Ich habe auch einen dicken Tintensack So Freunde dann sehen wir uns im nächsten Mal wenn es wieder heißt Express So 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 Und So 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 Bis zum nächsten Mal.